Was geht ab Leute Seid ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 943 wie immer präsentiert vom Paral Board. Auf der Cover Page sehen wir Robin wie sie irgendwas strickt zusammen mit einer alten Spinne. Kann oder nicht endlich aufhören mit diesen Fan Request Cover Pages ich will wieder richtige Story Cover Pages sehen so wie bei Enel oder ähnliches damals. Naja fangen wir mit der Story an. Und zwar Kinemon und Inuarashi wurden durch Yasustod schwer getroffen und erinnern sich an ihn. Vielleicht sehen wir ja wieder ein paar Flashback Szenen und hey an Inuarashi 20 Jahre jünger wäre doch auch mal interessant. Welpen Inuarashi. Süß. Währenddessen versuchen Orochis Untertanen die Bewohner von Ebisu zu vertreiben die sich aber weigern und weiter mit einem Lächeln weinen und nach Yasu rufen. Hyori weint währenddessen auch in Zoros Armen. Mann das wird ja eine richtige Romance Love Story. Hyori. Ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, das Leben, das neu beginnt. Oh mein Gott ich kann den Text halt wirklich noch. Danke Mama. Ich musste früher mit meiner Mutter nämlich GZSZ gucken. Oh mein Gott das war noch Zeiten. Naja gut während Hyori in Zoros Armen schmachtet sagt sie gleichzeitig. Die Menschen hier haben nicht einmal das Recht Trauer zu fühlen. Es ist die Hölle. Zoros wird ziemlich pisst als Orochi meint, dass Vano so zu sein hat. Raffi und der alte Hio haben die Hinrichtung verfolgt. Raffi wundert sich warum die Leute lachen. Worauf Hio meint, dass dies an den Smile Früchten liegen könnte. Und jetzt passt auf. Das wird jetzt einer der bigsten Reveals den es jemals in One Piece gab. Denn Big Mom. Ich sag's euch. Big Mom. Okay 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 ich muss jetzt erstmal ganz kurz runter kommen. Aber es ist wirklich erstaunlich und zwar Big Mom ist immer noch nicht im Gefängnis angekommen. Wie lange soll das denn noch gehen? Ich will endlich den fucking fight zwischen Big Mom und Queen sehen. Mann. Naja gut. Währenddessen erklärt Shinobu, Nami und den anderen das mit den Smile Früchten. Denn nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% erhält man eine Fähigkeit. Und diejenigen bei denen es fehlschlägt verlieren die Möglichkeit Wut und Trauer auszudrücken. Irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Okay ich verstehe jedoch das mit der Wahrscheinlichkeit dass nur eine von 10 Früchten gut ist und eine Fähigkeit weiter gibt. Ist okay. Legit. Aber was mich wundert wieso haben dann im Grunde alle Dorfbewohner aus Ebisu die Arschkarte gezogen auf gut Deutsch gesagt. Oder wurden die alle dann nach Ebisu verfrachtet? Wurden da alle Leute gesammelt die halt eben keine Fähigkeit bekommen haben? Das zweite komische an der Sache ist aber wieso haben wir dann aus Kaidos Bande noch keinen gesehen der auch die ganze Zeit dauergrinst? Ich meine. Muss doch irgendwie gehen. Ich meine die haben ja wohl nicht da gestanden und so. Okay jetzt zählen wir mal durch. Eine Teufelsfrucht schlecht. Zwei Teufelsfrüchte schlecht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Teufelsfrüchte schlecht. Die kriegen jetzt die Leute aus Warnung. Ha. Hier ist die zehnte Teufelsfrucht. Hier. Essie. Das ist garantiert eine Fähigkeit. Nein. Denn so funktioniert es nicht. Das musste ich als Kind nämlich hart durchleben. Ich kenn ja sicherlich noch Überraschungseier. Und wenn ja, dann kennt ihr auch sicherlich die Werbung. In jedem siebten Eier eine Überraschung. Ich als kleiner Stupsel stand nämlich früher im Laden und hab gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bam. Hier muss eine Figur drin sein. Wenn ich dann daheim angekommen bin, das Ding aufgemacht hab und die Schokoladefirma geputzt hab, war oftmals keine Figur drin und ich war ziemlich pissed. Hey, die bescheißen mich ja. Und so würde das auch mit den Smile Teufelsfrüchten laufen. Deswegen, wo sind die ganzen Leute hin von Kaidos Bande, die eine falsche Smile gefressen haben? Hm. Na gut. Es gibt während der Erklärung einen Flashback mit Caesar, Kaido und Doflamingo und den stelle ich mir halt wirklich Badass vor. Orochi hatte die Idee, die Smile Früchte unter die Essensreste zu mischen, die nach Okubore gehen. Die Leute dachten, es handelt sich dabei um Äpfel. Ok, sie kennen keine Teufelsfrüchte, kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Togo rennt währenddessen zu ihrem Vater, woraufhin Orochi auf sie schießt. Sie wird aber von Zorro und Sanji gerettet mit einem Komboangriff. Und auf dem Panel, den ich schon gesehen habe, sieht man halt Zorro, wie er so da steht. So, boah. Wahrscheinlich gerade mit Token in den Armen konnte man nicht so gut erkennen. Und Sanji hat seinen Diablo Charme B aktiviert. Und dann gucken sie sich beide an. Ich hab sie gerettet. Nein. Ich hab sie gerettet. Ok. Das Kapitel könnte, ja, ich würde mal sagen, ein mittleres Kapitel werden. Denn leider sehen wir immer noch nichts von Big Mom und Queen. Ansonsten ist die Story auch nicht so schön, außer die Flashbacks werden richtig Bombe. Und immerhin, der Reveal mit den Smile Teufelsfrüchten ist wieder eine große Explosion da. Ja, das war's erstmal würde ich sagen. Morgen weiß ich leider nicht genau, ob ich ein Kapitel Review hinkriege. Denn ich muss morgen relativ früh arbeiten. Und das dann ziemlich lange arbeiten. Und direkt nach der Arbeit fahren wir, ich und meine Freunde, nämlich ab in den Norden. Der Kälte hinterher. Ey, oh, was geht. Der Kälte hinterher. Ey, oh, was geht. Denn ihre Oma hat Geburtstag und das wollen wir natürlich feiern. Und am Sonntag gehen wir dann nämlich mit den geliebten Schwiegereltern zu Detektiv Pikachu. Das wird lustig. Auf den Film freu ich mich echt mega. Wenn ihr euch auch auf den Film freut, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt eure Meinung zu den Spoilern auch ebenfalls in die Kommentare. Und wenn ihr denn schon auf meiner Seite dann seid. Guckt einfach bei dem Video und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat. Auch wenn ich so verrückt bin und ich rede heute irgendwie ganz ganz komisch. Und ich habe keine Ahnung wieso. Ich weiß es nicht. I don't know. Vielleicht liegt es hier an diesem Lutscher. Chupa Chups Cola Geschmack. Und wenn ihr dann schon dabei seid. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao. The big of you is the star. Auch war Ihr Lal. Achacker. Aber dem muss ja ganzagus. Also eher gewesen. Und zwar shifting.